Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA-Podcast. UFC 259 ist vorbei. Adesanya vs. Blachowicz war ein krachender Kampf. Aber bevor ich über diese Kämpfe rede, bitte ich euch darum, lasst gerne eine Bewertung bei iTunes da oder am Saumhofer YouTube oder auch natürlich ein Follower bei Spotify und Co. Und damit kommen wir auch mal zu UFC 259. Prelims waren super spannend. Also ich denke, für jeden wird es sich lohnen, diese Prelims sich nochmal reinzuziehen, wer sie sich nicht angeschaut hat. Und die Main-Card, die war, ja, gemischt. Also Rakic vs. Santos, da habe ich mir persönlich ein bisschen mehr erhofft. Ein relativ ruhiger Fight. Und Rakic hätte sich im Prinzip damit auch einen Titelkampf verdient. Ich kann mir aber vorstellen, dass die UFC ihm da einen Strich durch die Rechnung macht und Rakic dann nochmal einen Gegner bekommt. Vielleicht den Sieger aus Prozaczka vs. Dominic Reyes. Ich glaube, entweder jetzt im April oder spätestens im Mai kämpft Giri Prozaczka gegen Dominic Reyes. Kann gut sein, dass der Sieger dann gegen Rakic kämpft und der Sieger davon dann definitiv um den Gürtel. Ich denke aber nicht, dass Rakic sich damit jetzt diesen Titelkampf gesichert hat. Kann mir vorstellen, dass Dana da ein bisschen enttäuscht war. Auch von Thiago Santos. Thiago Santos ist einfach nicht mehr derselbe als seine Verletzung. Dann haben wir ebenfalls auf der Maincard gehabt Islam Makhachev vs. Drew Dober. Ein Kampf, den hat man so erwartet. Das war für niemanden eine große Überraschung. Es war schön, Khabib wieder im Oktagon zu sehen. Also auch wenn er nur als Coach dabei war. Makhachev ein wahnsinnig dominanter Grappler. Sehr, sehr schönes Grappling. Relativ gutes Stand-Up, wovon man jetzt aber nicht allzu viel gesehen hat, weil eben sehr viel gegrappelt worden ist. Und ich persönlich finde das Grappling von Makhachev spannender als das von Khabib. Khabib ist da ein bisschen eintöniger, sage ich mal. Wobei man auch dazu sagen muss, dass Khabib seine Kämpfe vermutlich auch dominanter gewonnen hat. Ich denke aber, Makhachev steht noch am Anfang seiner UFC-Karriere. Der wird noch so richtig, richtig aufdrehen. Und in zwei, drei Jahren kann ich mir gut vorstellen, dass wir ihn als Champion sehen werden, wenn er denn so weitermacht. Jetzt wartet erstmal ein richtiger Test auf ihn. Tony Ferguson-Fight, ich weiß ja nicht. Ich dachte mir tatsächlich auch, dass Tony Ferguson ein guter Fight wäre. Ich will Tony aber nicht verlieren sehen. Gegen Oliveira sah er nicht gut aus, gegen Gagey auch nicht. Ich weiß nicht, ob man diesen Makhachev gegen Ferguson, ey, den Kampf buchst du, wenn du willst, dass Makhachev gewinnt. Ne, ganz einfach. Der erste Titelfight des Abends war Pjotajan vs. Elgermain Sterling. Holla die Waldfee. Ich bin ja im Vorfeld davon ausgegangen, dass Pjotajan diesen Kampf verlieren wird und Elgermain Sterling gewinnt. Das ist auch eingetreten. Ich habe nicht gedacht, dass der Kampf aber so ausgehen wird. In der ersten Runde sah Sterling auch richtig gut aus. Oder anders. Im ersten Dreiviertel der ersten Runde sah Sterling in meinen Augen richtig gut aus. Dann hat es abgebaut. Und vor allem ab der dritten Runde ungefähr war Sterling relativ müde, relativ langsam. Also ich hatte tatsächlich das Gefühl, diese Schläge und das Tempo allgemein im Light Heavyweight Fight, den wir gesehen haben, war schneller als dieser Kampf im Bantam-Gewicht. Und dann gab es eben dieses Knie. Dieses Knie, naja, was genau ist passiert? Elgermain Sterling war grounded. Das heißt, ein Knie von ihm hat den Boden berührt und nach den Unified Rules of MMA hätte Pjotajan ihn nicht mit dem Knie zum Kopf schlagen dürfen. Das heißt, Sterlings Knie berührt den Boden. Er darf also kein Knie zum Kopf kassieren von Pjotajan. Pjotajan hat das gemacht. Elgermain Sterling, naja, das Knie hat auch ordentlich getroffen. Das ist jetzt nicht so, als ob das jetzt nur so ein gestriffener Schlag war, sondern das Knie hat gut getroffen. Elgermain Sterling konnte nicht weitermachen, hat den Gürtel gewonnen. Wegen einer Disqualifikation von Pjotajan. Die Frage ist natürlich, wir stellen uns nicht die Frage, ob das echt ist oder nicht. Dieses Knie hat getroffen. Es war ein verbotener Move. Hätte nicht passieren dürfen, das ist ein Vollprofi. Leute, bei der Champions League, da spielt ihr auch nicht auf einmal Hand. Also im Fußball. Ihr rennt auch nicht 50 Meter weit ins Abseits. Ihr seid Profis, ihr wisst das dann. Ist mir klar, dass in der Kreisliga sowas passieren kann, aber nicht in der Champions League. Die Frage ist nicht, ob das echt war, die Frage ist, wie sowas passieren konnte. Habib sagte, er hat die Ecke von Pjotajan gehört. Pjotajan hat wohl gefragt, ob er zuschlagen soll. Die Ecke hat ja gesagt und dann gab es diesen Kniestoß. So zumindest laut Habib. Habib hat es Kormi gesagt. Kormi hat es dann Joe Rogan gesagt. Joe Rogan hat es dann den Fans gesagt. Unglücklich. Jetzt gibt es das Rematch laut Dana White und deshalb ist dann am Ende des Tages auch wieder alles gut. Ich denke, im Rematch, da wird sich Pjotajan vermutlich seinen Gürtel zurückholen. Dann hatten wir noch das Main Event zwischen Israel Adesanya und Jan Blachowitsch. Das war auch ein sehr, sehr guter Kampf. Also ich muss sagen, dass ich überrascht war. Blachowitsch hat hier mehr gezeigt als Romero und Paulo Costa. Logisch, Blachowitsch hat auch gewonnen. Aber ich meine damit vor allem in den ersten Runden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass Adesanya es sich im Mittelgewicht erlauben konnte, seinen Gegner kommen zu lassen, weil er der Champion ist, er den Gürtel dort verteidigt. Das heißt, er lässt den Gegner kommen, kontert ihn aus. Hier war das ein bisschen anders. Diesmal war Adesanya der Herausforderer und musste selber auch in den Vorwärtsgang gehen. Ich hatte ein bisschen Sorge tatsächlich um Blachowitsch, seine Ausdauer. Ich hatte so in der vierten Runde gedacht, okay, der wird müde, er hat auch ein paar Treffer einstecken müssen, aber Blachowitsch hat in der vierten Runde einen sehr, sehr starken Takedown landen können und in der fünften Runde auch. Dieser Takedown in der fünften Runde war so unfassbar wichtig. Nicht unbedingt auf den Punktzetteln. Ein Judge hat 49, 45 gegeben. Kann ich nicht verstehen. Ich habe den Kampf auch für Blachowitsch gewertet, aber eine 10-8-Runde war der jetzt auch nicht dabei. Da sind wir ehrlich. Nichtsdestotrotz war Blachowitsch an dem Abend der bessere Kämpfer. Sehr, sehr schöne Striking, auch schöne Kombinationen. Er kam auch gut durch. Er kam gut durch, seine Jabs haben landen können. Alles hat landen können, schöne Kicks, auch von Adesanya. Adesanya hat auch gut performt, keine Frage. Aber man hat, finde ich, auch diesen Gewichtsklassenunterschied gesehen, ey. Klar ist Adesanya ein Stück größer, das hat man gemerkt, aber man hat einfach gemerkt, dass Blachowitsch einiges mehr wiegt wie Adesanya. Das kam ihm dann vermutlich auch im Groundgame zugute, beziehungsweise Adesanya fehlte da auch dieses Groundgame. Im Endeffekt. Adesanya konnte die Takedowns in den ersten drei Runden relativ gut abwehren am Käfig. Was heißt relativ gut? Er hat sie alle abgewehrt. Aber in der vierten und fünften Runde hatte er keine Antwort mehr auf seinen Takedown-Versuch. Dann gab es den Takedown und dann war das Ding geritzt. Schön für Blachowitsch. Mal gucken, wie es weitergeht. Ich denke, jetzt gibt es ein Fight gegen Glover Teixeira und Adesanya kämpft dann gegen den Sieger aus Split-Decavers Romero. Das Ding steht auch sicher. Also, da, da, ne, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und da war es das auch mit der aktuellen Episode. Wir hören uns am Dienstag, wenn wir über die nächste Preview sprechen. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.